Babo! Was ist das denn? Du weißt ja, ich hab ja bald Urlaub. Ich hab ja immer Urlaub. Ja, ich werd mit meinem Schatzi in den Urlaub. Was ist das denn, Schatz? Ich geh doch nicht mit irgendjemandem. Ich geh mit meinem zukünftigen Mann. Du kannst nicht. Schatz, sag doch auch mal was. Was soll ich denn sagen? Es ist ja dein Vater, nicht meiner. Ja, es ist mein Vater, aber dein zukünftiger Schwiegervater. Los, sag jetzt was. Aber ich will dir dein Name und deine Freundin. Es ist nicht möglich. Mit meinen Freundinnen, da hast du mich gelassen in den Urlaub. Na gut, mit den Kolleginnen und Kollegen Siebila, das ist etwas anderes. Aber was soll die Leute erzählen? Sie haben sich nicht ausgesucht? Dann gehen wir zusammen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Was hat das für eine Logik? Mit meinen Freundinnen darf ich gehen und mit meinem zukünftigen Mann nicht. Nur wegen den Leuten, die sie reden. Es gibt keine Logik. Wieder muss man schauen, dass sie nichts erzählen. Und alles. Du weißt, wie ein Mensch ist. Die Leute werden immer reden, ob ich jetzt in den Urlaub gehe mit ihnen oder nicht. Ja, was ich verstehe. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so. Wir sind nicht so. Wir sind auch noch auf einer Seite. Ich bin nicht auf ihrer Seite. Baby, ich verstehe dich einfach nicht. Ich werde mich nicht so. Ich sage es nicht so. Ich werde dich einfach nicht so. Ich werde dich nicht so. Ich werde mich mit meinen Freundinnen in den Urlaub machen. Das ist das, was meine Freunde. Hier sind die Leute. Ich weiß sie nicht so. Ich weiß nicht so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich will sie ihre Leben. Ich will sie nur für unsere Kinder. Ich will sie nur für unsere Kinder. Das ist von meiner Seite. Bobby.